Und nun kommt ein Redner von der FPÖ. Wolfgang Klinger ist an Bord. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren des Plenums, geschätzte Zuhörer und Zuseher im Internet oder via Fernsehen. 1986 habe ich meinen Jagdschein gemacht, beziehungsweise meinen Flugschein gemacht und 1990 habe ich die Jagdschutzprüfung gemacht und gleichzeitig den Berufspilotenschein. Ich habe mir heute für eine Erstlingsrede dieses Thema ausgewählt, diesen Initiativantrag, weil ich geglaubt habe, naja, das ist ja ganz einfach, dieser Initiativantrag, der wird für mich als Berufspilot ja gar kein Problem darstellen. Und ich kann einmal ganz kurz vorweg schicken, dass durch eine gewisse Deregulierung, die diesem Antrag zugrunde liegt, natürlich auch unsere Zustimmung gegeben wird. Man muss allerdings hier bei diesem Antrag schon gewaltige Unterschiede machen, nämlich dahingehend, dass es sich im ersten Bereich dieser Gesetzesänderung wahrscheinlich um Hubschrauberflüge handeln wird. Hubschrauberflüge, die natürlich auch notwendig sind und die dazu dienen, extrem wichtige Situationen im Gebirge, in unzugänglichen Stellen eben auch unbekannt auszunützen und mit dem sprechenden Gerät jene Probleme zu erledigen, die hier notwendig sind. Da kommt es natürlich immer wieder zu Lärmbelästigungen, da kommt es natürlich immer wieder auch zu verschiedenen Problemen mit der Jägerschaft, die natürlich hintanzuhalten sind, weil Gefahr im Verzug wichtig ist. Aber eines muss schon festgestellt sein, gefährlich hier ist besonders die Landung, weil die Landung immer ein Akt ist, der plötzlich stattfindet und für die Umgebung plötzlich Lärm oder andere Belästigungen eben eintreten. Allerdings ist es hier klar festzustellen, dass es wichtig ist, diese Änderung im Gesetz zu machen. Das Zweite allerdings, da wird die Sache schon etwas schwieriger, da geht es um die Heißluftballons, um die Segelflugzeuge, da geht es um Motortrachenflieger oder Freiballone und da geht es auch um Fallschirmspringer. Und wenn Fallschirmspringer bei einer Geburtstagsparty ausmachen, sie springen dort und da ab, weil ja gerade ein Fest stattfindet, dann ist hier schon die Frage zu stellen, ob das unbedingt der Notwendigkeit entspricht, hier kurzfristig eine Landemöglichkeit zu schaffen, wenn gleichzeitig wieder jene Probleme eintreten, die wir aus der Jagd ja schon kennen und bis dorthin gehen, dass es im jagdlichen Betrieb zu gewaltigen Störungen kommt. Und dass gerade im jagdlichen Bericht es oft dahin geht, dass Tiere abstürzen, weil sie plötzlich unter Stress kommen und flüchten müssen. Und da müssen wir vorsichtig sein, dass wir in diesem Zusammenhang nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Die dritte Sache in dieser Gesetzesänderung ist jene nämlich, wo es um die Feuerwerkskörper geht. Feuerwerkskörper meines Erachtens in der Nähe von Zivilflugplätzen sind äußerst vorsichtig einzusetzen. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Bei jedem Zivilflugplatz gibt es auch die Möglichkeit einer Notlandung oder einer verspätet angemeldeten Landung. Das heißt im Klartext, ein Flugzeug, das sich in der Luft befindet, bleibt ja nicht auf der Straße stehen, wenn es unterwegs ist, Probleme hat, sondern es muss seinen Zielflughafen erreichen können, sicher erreichen können. Und wenn wir da zulassen, dass wenn zum Beispiel in der Nähe eines Zivilflughabens um 11 Uhr Dienstschluss ist oder 23 Uhr und aber nachher noch ein Flugzeug angemeldet wird, was übrigens auch Kosten für das Flugunternehmen bedeutet, dann stelle ich mir die Frage, was wichtiger ist, nämlich die Genehmigung für ein Feuerwerk oder die Sicherstellung des sicheren Betriebes eines Flugzeuges. Deshalb ist es für uns ganz entscheidend für die Zustimmung, dass die Ausschussfeststellung beschlossen wurde und in einem Jahr wir darüber zu evaluieren haben, ob diese Sache auch einen guten Ausgang nehmen möge. So Wolfgang Klinger von der FPÖ.